So, also in dieses Lost Place kommen wir ganz bestimmt nicht rein. Weihnachten, das haben die verstanden. Siehste, die lachen dich aus, die lachen dich aus, die lachen dich aus, die finden dich zum Lachen. So, die lachen dich aus. Ne, hier wird heute, dieses Jahr nichts mehr angepflanzt, das kannst du knicken. So, jetzt sind wir hier hinten wieder weit auf dem Feld. Normalerweise ist hier Korn angepflanzt, aber das ist ja alles abgearmt worden. Was ist denn hier Pferdescheiße? Schwarze Schlacke? Ne, aber die Idee wäre, man weiß, einfach mal im Sommer irgendwie mal nachts hier mal mit einem Schlafzack oder einem Zelt, du würdest dir bestimmt coole Fotos von Sterne machen, und weil du hier eben, wie gesagt, nicht die Lichter ringsrum hast. Und auch den Son-Untergang, wenn du den Tag das machst. Oder Aufgang, nie Aufgang, nicht Untergang. Untergang. Auf geht sie da. Unter geht sie hier. Und wenn du hier guckst, hast du auch schön die ganzen. Dann bist du und Ina schreien. Spanner, wir sehen dich. Da ist ein Haus, wir können dich beobachten. Weg mit der Kamera, du Spanner-Schwein. Ja, genau. Weil man auf dem Feld filmt. Wenn wir jetzt hier oben weiter gehen, müssten wir irgendwann auf der Autobahn kommen. Weil wir immer den Windrädern entgegen gehen wollen. Die stehen hinter der Autobahn, denke ich. Na, welche. Einige auch vordern, glaube ich. Laut Google Earth zumindestens. So, da stehen unsere Windräder. Und da ist die Autobahn, da kommen wir nicht rüber. Also kommen wir an die Windräder nicht ran. Ja, also hat sich's schon erledigt. Also, jetzt mit X war wohl nix. Und jetzt mit X. Und jetzt mit X. Und jetzt mit X. und da reiten welche aus. Mit Pferde. Mit Pferde. Da. Den Punkt. Siehst du den? Es sind zwei Vierzen. Trotzdem, wenn ich die große Kamera behätte, da hätte ich sie trotzdem richtig schön aufnehmen können. Sehst du, schon sind wir wieder auf dem Rückweg.